Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir wie du diese einfachen Amigurumi Kraken häkeln kannst. Die Kraken kannst du in mehr Farben häkeln wie Lida oder nur in zwei Farben. Mit dünnere Wolle, das ist Baumwolle oder mit dickere Wolle. Wünsche dir viel Spass, abonniere meinen Kanal und jetzt können wir anfangen. Die Krake oder Oktopus, ich werde mit Baumwolle häkeln, das ist Wolle Catania von Schachenmayr, aber wenn du willst du kannst verwenden jede andere Wolle, vielleicht auch so diese dickere. Weiter wir brauchen die Augen, ich verwende diese Sicherheitsaugen oder Augen zum Annähen, das ist für Kleines und für dieses großes Oktopus, ich habe die Augen gehäkelt und Videoanleitung für diese Augen findest du unten in der Beschreibung. Weiter wir brauchen passende Häkelnadel, Maschenmarkierer, Nähnadel, Schere und die Füllwatte. Der Kopf von Krake besteht aus zwei Teilen, dieser obere Teil und dieser untere Teil für Tentakel. Ich beginne mit diesem Teil mit dieser Farbe. Ich beginne mit einem magischen Ring und häkle erste Runde neun feste Maschen im Ring. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Jetzt Faden ziehen und Ring schließen. Weiter, ich werde häkeln in Spiralrunden, Spiralrunden und zweite Runde zwei feste Maschen in jede Masche. Am Ende habe ich 18 Maschen. Ich markiere die letzte Masche und häkle dritte Runde, eine feste Masche in die ersten zwei Maschen, zwei feste Maschen in die nächste Masche, das Wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 24 Maschen. Vierte Runde, eine feste Masche in die ersten drei Maschen, zwei feste Maschen in die nächste Masche, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 30 Maschen. Fünfte Runde, eine feste Masche in die ersten vier Maschen, zwei feste Maschen in die nächste Masche, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 36 Maschen. Sechste Runde, eine feste Masche in die ersten fünf Maschen, zwei feste Maschen in die nächste Masche, das Wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 42 Maschen. Ab jetzt, ich werde nur dreimal Maschen zunehmen. Runde 7, eine feste Masche in die ersten 13 Maschen, zwei in die nächste Maschen, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 45 Maschen. Runde 8, ich will nicht immer die Maschen auf gleiche Stelle zunehmen, deswegen ich werde diese ersten 14 Maschen teilen und ich häkle eine feste Masche in den ersten sieben Maschen, zwei in die nächste, eine feste Masche in den nächsten 14 Maschen, zwei in die nächste 14, zwei und eine feste Masche in den letzten sieben Maschen, am Ende haben wir 48 Maschen. Runde 9, eine feste Maschen in den ersten 15 Maschen, zwei in die nächste, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 51 Maschen. Runde 10, ich werde teilen diese ersten 16 Maschen und ich häkle eine feste Masche in den ersten 8 Maschen, zwei in die nächste 16, zwei in die nächste 16, zwei und eine feste Masche in den letzten 8 Maschen, am Ende haben wir 54 Maschen. Runde 11, eine feste Masche in den ersten 17 Maschen, zwei in die nächste, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 57 Maschen. Nächsten 5 Runden, das ist Runde 12, 13, 14, 15, 16, ich häkle eine feste Masche in jede Masche. Ich habe 5 Runden gehäkelt und jetzt sieht der Kopf so aus. Runde 17, eine feste Masche in den ersten 17 Maschen, nächsten zwei zusammen häkeln, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 54 Maschen, aber ich will dir zeigen, wie du so unsichtbar die Maschen abnehmen kannst. Das heißt, ich häkle eine feste Masche in den ersten 17 Maschen, 17, die nächsten zwei Maschen zusammen häkeln, in die nächste Masche nur in das vordere Maschenglied, jetzt Faden holen und durchziehen, durch zwei und durchziehen. Und jetzt sieht die Masche so aus. Und weiter häkle eine feste Masche in den nächsten 17 Maschen. Runde 18, hier werde ich 6 Mal Maschen abnehmen, das heißt, ich häkle eine feste Masche in den ersten 7 Maschen, nächsten zwei zusammen, das wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 48 Maschen. Die letzte Runde, Runde 19, ich werde 6 Mal Maschen abnehmen, aber ich werde die ersten 6 Maschen teilen, das heißt, eine feste Masche in den ersten 3 Maschen, nächsten zwei zusammen, eine feste Masche in den nächsten 6, zwei zusammen und so weiter und hier eine feste Masche in den letzten 3 Maschen, am Ende haben wir dann 42 Maschen. Eine feste Masche in den letzten 3 Maschen, zwei, drei, Kettmasche in die nächste Masche, Faden abschneiden, durchziehen und und der erste Teil vom Kopf ist fertig. Zweiter Teil vom Kopf, ich häkle mit gleicher Farbe und ich beginne mit einem magischen Ring und häkle erste Runde, neun feste Maschen in den Ring. Acht und neun, Faden ziehen, Ring schließen, wir häkle auch in Spiralrunden, zweite Runde, zwei feste Maschen in jede Masche, am Ende haben wir eine feste Masche. Achtzehn Maschen in die Masche in den ersten 2 Maschen, zwei in die nächste, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 24 Maschen. Vierte Runde, eine feste Masche in den ersten 3 Maschen, zwei in die nächste, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 30 Maschen. Fünfte Runde, eine feste Maschen in den ersten 4 Maschen, zwei in die nächste, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 36 Maschen. Zwei feste Maschen in die letzte Maschen, zwei feste Maschen in die letzte Masche, eine Kettmasche in die nächste, Faden abschneiden, durchziehen und zweiter Teil ist auch fertig. Wenn du verwendest Sicherheitsaugen, dann die kannst du jetzt platzieren, das ist zwischen Runde 13 und 14, Abstand 5 Maschen. Und wenn du verwendest diese gehäkelten Augen, das ist unten die zwölfte Runde. Jetzt können wir die beiden Teile zusammen häkeln. Hier ist die letzte Masche vom ersten Teil, hier ist die letzte von zweiten. Ich lege die so ein bisschen mit Abstand und ich beginne irgendwo hier rechts. Eine Masche von hier, eine von hier und jetzt nehme ich die zweite Farbe, durchziehen und durchziehen. Ich häkle einfach die feste Maschen und weiter. Eine von hier, eine von hier, durchziehen und feste Masche. Wir haben gleiche Maschenanzahl, deswegen das klappt gut. Hier war die Kettmasche und die nächste Masche ist die da. Und so weiter. Das häkeln wir nicht bis zum Ende der Runde, weil wir müssen dann noch die Kopf füllen mit Füllwatte. Diese beiden Fäden dann, ich werde erst am Ende vernähen. Die zweite auch. Das sieht ein bisschen komplizierter aus, aber ist nicht so schlimm, wie das aussieht. Hier war die Kettmasche vom zweiten Teil. Und die letzte Masche vom zweiten Teil. Und jetzt wird das schon einfach. Deswegen lasse ich das hier auf der hinteren Seite vom Kopf, weil diese eine Masche sieht. Ja, nicht so toll, aber das ist nicht schlimm. So, wir sehen uns dann irgendwo hier. Jetzt bin ich da angekommen. Und jetzt kann ich das Kopf füllen. Ich denke das reicht jetzt. Kopf hat ganz schöne Form. Und wir häkeln weiter. Bis zum hier. Die feste Masche und häkeln das zusammen. Die letzte Masche. Und die runde Bände mit einer Kettmasche hier in diese erste Masche. Und jetzt erkläre ich noch diese dekorative Runde. Eine Luftmasche. Ein ganzes Stäbchen in die nächsten zwei Maschen. 1, 2, Kettmasche in die nächste Masche. Und wieder eine Luftmasche. Ein ganzes Stäbchen in die nächsten zwei Maschen. 1, 2, Kettmasche in die nächste Masche. Hier eigentlich keine Luftmasche. Nur Kettmasche gleich. Jetzt eine Luftmasche. Und das wiederholen wir bis Ende der Runde. Ein ganzes Stäbchen in die letzten zwei Maschen. Zwei. Zwar den abschneiden, durchziehen. Und ich werde das, die letzte Masche nähen. Hier in diese erste Masche. Von hinten nach vorne. Und in diese letzte Masche nach hinten. So. Und jetzt sieht das so aus. Alle Fäden vernähen. Und der Kopf ist fertig. Und jetzt, ich werde die Tentakeln häkeln. Die Tentakeln habe ich in zwei Grössen gehäkelt. Die sind bisschen dickere. Und die da sind bisschen dünnere. Und für diese Krake, ich werde in acht Farben häkeln. Aber wenn du möchtest, du kannst nur in zwei Farben wie die da. Die sind auch. Die sind dickere. Und die sind dünnere. Für beide Grössen habe ich 80 Luftmaschen am Anfang gehäkelt. Und die sind so ungefähr 20 cm lang. Und jetzt, ich zeige dir wie du diese dickere häkeln kannst. Ich mache eine Schlaufe. Und häkle so viele Luftmaschen wie viele du möchtest. Für das Video häkle nur ein paar. Das reicht. Und jetzt für dickere. Die erste zwei Maschen überspringen. Und ich häkle zwei ganze Stäbchen in jede Masche. Eins. Zwei. Und in die nächste wieder zwei ganze Stäbchen. Zwei. Und das wiederholen bis Ende der Reihe. Und zwei. Und jetzt kannst du hier sehen, wie sich das langsam dreht. Wenn du möchtest, diese dünnere. Das ist das gleiche. Eine Schlaufe. So viele Luftmaschen wie viele du möchtest. Und jetzt erste Masche überspringen. Und wir häkeln zwei feste Maschen in jede Masche. Eins. Zwei. Und eins. Zwei. Und so weiter. Ist sehr einfach. Bei dickerem zwei ganze Stäbchen. Bei dünnerem zwei feste Maschen in jede Masche. Und das wiederholen bis Ende der Reihe. Hier am Ende in die letzte Masche. Bei dickerem zwei ganze Stäbchen. Bei dünnerem zwei feste Maschen. Faden abschneiden. Durchziehen. Und ich werde. Du kannst diese Ende einfach so lassen. Aber ich werde das hier zusammennähen. Ich denke dann sieht das bisschen besser aus. Jetzt werde ich die Tentakel am Kopf platzieren. Das ist sehr einfach. Hier zwischen zweite und dritte Runde. Irgendwo hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Die dünnere. Und dann zwischendünnere. Die dickere. Wie hier. Hier sind. Eins. Zwei. Drei. Vier. Dünnere. Und dann eins. Zwei. Drei. Vier. Dickere. Und das geht sehr einfach. Mit Häkelnadel. Faden holen. Durchziehen. Und beide Fäden verknoten. Zwei. Zwei. Und beide diese Fäden im Kopf vernähen. Und das wiederholen wieder. Hier kommt die zweite dünnere. Dritte vierte. Und dann die dickeren. Schnellentin. Die Tentakel habe ich fertig. Und jetzt werde ich den Mund aufctica. Das ist zwischen diesen vier Maschen. Ich komme vom Brüten in diese erste Masche. Die da. Jetzt 1, 2 in diese dritte Masche und von hier, hier unten, jetzt durch den Faden, in die gleiche Stelle und auf die andere Seite. Wenn du möchtest, du kannst das auch anders machen. Ich mache das so einfach. So, jetzt sieht das so aus. Beide Fäden abschneiden. Wenn du möchtest, wir machen noch diese kleinen Punkte als Dekoration. Ich beginne mit einem magischen Ring und häkle 8 feste Maschen in den Ring, 7, 8, jetzt Farben abschneiden, durchziehen, anfangs Faden ziehen und den Ring schliessen und die letzte Masche werde ich nähen. In diese erste Masche von vorne nach hinten durch beide Maschenglieder und in diese letzte Masche nur durch das hintere Maschenglieder von vorne nach hinten hier vernähen. Jetzt kannst du diese Punkte am Kopf annähen oder einkleben. Und die Kraken sind fertig. Wenn dir mein Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns nächstes Mal. Englieder Mt. Vielen Dank.